Mit der neuen C-Klasse orientiert Mercedes das Modell schon gehörig nach oben. Nicht nur das Design erinnert stark an die hauseigene S-Klasse, auch Features wie die Airmatic Luftfederung sind in der neuen C-Klasse erhältlich. Eine besonders interessante Variante ist der C250D in Kombination mit Allradantrieb, 4-Matic und dem serienmäßigen 7-Gang-Automatik-Getriebe. Hier steckt ein 204 PS starker 2,2 Liter Vierzylinder-Diesel unter der Haube. AdBlue-Technologie wird zur Reduktion von Stickoxid-Emissionen eingesetzt. Das überaus kräftige Triebwerk sorgt für reichlich Fahrspaß, an dem auch die 7-Gang-Automatik ihren Anteil hat. Dazu gesellt sich das Agility-Control-Fahrwerk mit selektivem passiven Dämpfungssystem. Dabei wird je nach Fahrbahnbeschaffenheit ein Optimum aus Abholverhalten, Dämpfung und Stabilisierung eingestellt. Das satte Drehmoment von 500 Nm lässt sich überdies dank Allradantrieb besonders gut nutzen. Insgesamt ein Top-Fahrverhalten, das hier geboten wird. Der Innenraum der 4,69 Meter langen C-Klasse Limousine strahlt solides Mercedes-Flair aus. Hochwertige Sitze mit reichlich Verstellmöglichkeiten sowie ordentlich Fußraum auch hinten sind vorhanden. Dank der dreiteilig umlegbaren Rücksitze sind auch größere Ladeaufgaben kein Problem. Das Cockpit mit den großen, runden Luftdüsen im Jet-Design vermittelt eine dezent sportliche Atmosphäre. Insgesamt präsentiert sich der Innenraum hochwertig und gut verarbeitet. Auf dem serienmäßigen 7-Zoll-Bildschirm im Tablet-Style sind zahlreiche Informationen abzulesen und überdies verschiedene Fahrzeugfunktionen einzustellen. Die Automatik lässt sich zur Gänze am Lenkrad steuern, über den Wählhebel und die Schaltpedals für manuelle Gangwechsel. Dass Mercedes-Fahren nicht billig ist, wird nicht überraschen. So muss für die C250D 4-Matik-Limousine ein Einstiegspreis von 49.890 Euro kalkuliert werden. Die 96 Seiten starke Preisliste mit zahlreichen Paketen und Extras reißt wohl bei den meisten Kunden aber ein noch größeres Loch ins Geldbörsel. 5-Dekämbnen 6-4-Bildschirm 6-8-Bildschirm 6-7-Up-Limousine 7-9-8-Bildschirm